Xiaomi hat auf seinem Global Launch nicht nur die Top Phones 11T und 11T Pro vorgestellt, sondern auch das 11 Lite 5G New Edition, kurz NE. Und hierbei handelt es sich um ein Mittelklasse-Smartphone, das aber auch einige coole Features bietet, wie wir uns jetzt gleich im Video anschauen werden. Wenn ihr euch für Technik interessiert, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und meinen Kanal abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Das Erste, was auffällt, wenn man das 11 Lite 5G NE in die Hand nimmt, es ist wirklich dünn und auch sehr leicht. Die Abmessungen sind 160,53 x 75,73 x 6,18 mm und das Gewicht beträgt 158 Gramm. Das AMOLED Dot Display hat eine Diagonale von 6,55 Zoll und eine Auflösung von Full HD Plus, das sind 2400 x 1080 Pixel. Es hat eine 10-Bit-Farbtiefe und deckt auch den DCI-P3-Farbraum ab. Alle Bewegungen sind hier schön flüssig, denn wir haben hier eine Bildwiederholrate von 90 Hz und eine Abtastrate von 240 Hz. Außerdem werden vom Display auch noch Dolby Vision und HDR10 Plus supported. Das Display wird durch Corning Gorilla Glass 5 vor Kratzern und Stößen geschützt. Für die nötige Leistung sorgt der Qualcomm Snapdragon 778G, das ist ein 6-Nanometer-Prozessor und für das System gibt es je nach Gebiet 6 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher, das ist dann LPDDR4X-Speicher und 128 oder 256 GB UFS 2.2-Speicher. Das ist dann natürlich nicht vergleichbar mit den Top Phones wie dem 11T oder 11T Pro, aber wir haben hier auch ein Mittelklasse-Smartphone und dafür reicht das natürlich vollkommen aus und ihr habt hier sicherlich keine Probleme mit den meisten Apps und Spielen. Schauen wir uns auch einmal die TripleCam auf der Rückseite an. Hier haben wir einmal den 64 Megapixel-Weitwinkel als Hauptkamera, einen 8 Megapixel-Ultra-Weitwinkel und eine 5 Megapixel-Tele-Macro-Linse. Dazu kommt natürlich auch noch die 20 Megapixel-Kamera hier auf der Vorderseite in einer Punchhole. Das Lite 5G NE hat einen 4.250 mAh Akku und kann mit 33 Watt auch schnell aufgeladen werden. Zur Authentifizierung steht hier auch ein Fingerabdrucksensor bereit und wir haben hier natürlich auch Dual-Speaker und von der Konnektivität her WLAN 6, Bluetooth 5.2 und natürlich 5G. Außerdem darf da natürlich auch NFC nicht fehlen. Das Betriebssystem ist Android 11 und dazu haben wir dann hier auch noch die Benutzeroberfläche MIUI. Das 11 Lite 5G New Edition gibt es dann in vier Farben, einmal Truffle Black, Snowflake White, Bubblegum Blue und Peach Pink. Mein Favorit wäre hier Snowflake White, weil wir echt ein sehr schönes Muster hier drauf haben und das einfach echt mal nach was anderem aussieht. Das Xiaomi 11 Lite 5G NE ist ab Oktober in der Variante mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicher für den Nutzer zu einer UVP von 369,90 Euro in Deutschland im Handel verfügbar. Falls ihr Interesse an dem Smartphone habt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung auch einen Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie doch gerne unten in den Kommentaren und ich werde sie für euch beantworten. Außerdem würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke anklickt, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Denn Xiaomi hat hier natürlich auf seinem Global Launch noch mehr Produkte vorgestellt. Neben dem 11 Lite 5G NE auch noch das 11T und 11T Pro und das neue Xiaomi Pad 5. Sehr interessantes Tablet, muss ich sagen. Also schaut da auch gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.